Im Verlauf von den letzten paar Jahren hat Christoph Blocher in der Schweiz ein rechtsbürgerliches Medienimperium aufgebaut, wo du... Das ist höchst unsachlich, lieber Roger. Das einzige Medium, was Herr Blocher gehört hat, ist das Internet, die Fernseh-Tele-Blocher. Der Christoph Blocher. Das macht einen absolut unabhängigen Journalisten, der bei dir in der Ausbrüche... Der Christoph Blocher kontrolliert bereits heute zwei von den wichtigsten Sendungen in der Schweiz. Die Weltwoche und die Basler-Zeitung, die ja auch... Falsch! Bei der Weltwoche ist Herr Blocher einfach der wichtigste Inserent. Inhaltlich aber hat er gar nichts. Das einzige, wirklich zu 100% unabhängige Medium in der Schweiz ist mein Radio 1. Das habe ich erfunden. Ganz im Gegenteil. Radio 1 ist total abhängig. Und zwar von dir. Das ist richtig. Aber ich finde mich gut. Da bist du aber auch der Einzige. Im Gegensatz zu dir probiert, Herr Blocher die Basel-Zeitung auf eine wirtschaftlich gesunde Basis zu stellen und leistet damit einen wichtigen Beitrag, einen Nachhaltigen für die Medienvielfalt... Who cares? Ich baue meine Medienlandschaft selber auf. Nach Radio 1, Fernseh 1, Zeitung 1 und Internet 1. Dann bin ich überall Nummer 1. Gute Idee. Da kommt die SRG endlich die Konkurrenz rüber. Ich spreng ein Monopol von der SRG. I can get it if I really want. Schluss mit den Zwangsgebühren? Die haben echt keine Ahnung von Fernsehmachen. Du, Roger. Ja, Roger? Das ist das Schlimmste, was du je gemacht hast. Was? Du bist gleicher Meinung wie ich. Kann man den Schluss rausschneiden?